Null Zweifel, das beste Süßmittel der Erde gefunden, senkt sogar Punkt, 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 klären wir gleich. Gesünder geht's nicht, das klingt doch wirklich zu schön, um wahr zu sein. Aber immer noch konsumieren eine Vielzahl von Menschen synthetisch nachgewiesen in Goldschnapp-Studien gesundheitsschädliche Süßstoffe, die es eine Riesen-Lobby unterliegt. Neben der Zucker-Lobby, Schauspieler, Influencer beugen sich dem Geld mit dem Wissen, dass es schädlich ist, aber das Geld einfach attraktiver ist. Dabei gibt es eine sehr angenehme Alternative, die völlig natürlich ist und sogar, ja, zusätzlich, obwohl sie süß schmeckt, den Blutzucker noch senkt, so wie die Darmbakterien florieren lässt. Das gibt es, glaube ich, auf der Welt nur einmal, ja. Die Rede ist von Jakon, ja, und besser gesagt, dessen Sirup, ja. Und wieso wir es quasi aufgenommen haben, unser Sortiment, und ich es quasi täglich in meine Ernährung einbringe, ja, Labor geprüft, Rohkostqualität, Bio, ja, wirklich mega. Klären wir jetzt. Das Geheimnis liegt in dem Zuckerspeicherstoff Inulin. Verschiedene Knollen speichern verschiedene Zucker, wie zum Beispiel die Zuckerrübe speichert Saccharose, den Haushaltszucker. Der Zucker wird normal im Dünndarm resorbiert, nicht aber Inulin, denn dafür fehlen uns die Enzyme. Genau das Enzym, Inulinase. Daher wandert es einfach in den Dickdarm, dort wird es den guten Bakterien zum Fraß vorgeworfen, und diese stürzen sich beglückt auf den Zucker Inulin. Dies resultiert in einer Absenkung des Darm-PH-Wertes. Da sie den Zucker fermentieren und kurzkettige Fettsäuren bilden. Wichtig, nur ein saurer Darm ist ein gesunder Darm. Daher heißt es auch Sauerkraut, ja, da dort Säure entsteht, ja, beim Heranwachsen von guten Milchsäurebakterien. So das Gleiche im Darm. In einer Studie wurde dies bewiesen, dass die Anzahl von Bifidobakterien statistisch signifikant stieg, bei den Probanden Diakon verzerrten. Da sollte man langsam anfangen und den Verzehr dann steigern, da die Bakterien mit der Zeit weiter gedeihen werden, die dieses Inulin quasi fermentieren können. In einer Goldschluss-Studie, die im Crossover-Design war, das heißt Placebo und die Interventionsgruppen wurden nach einer Woche getauscht und die Studie wiederholt. Gegeben wurde 40 ml Yakon-Sirup zum Frühstück und die anderen haben auch gefrühstückt, aber halt ohne Yakon-Sirup. Es wurden gesunden wie auch separiert Übergewichtige inkludiert. Wir sehen oben Blutglukosespiegel und den Insulinspiegel. Und es ist einfach unfassbar, wie stark Yakon hier den Blutzucker und wichtiger, dass Insulin senkte. Der Grund, wieso ich mich damals von synthetischen Süßstoffen distanziert habe, liegt darin, dass diese entgiftet werden müssen. Es sind Frenzstoffe und für den Körper sogenannte auch Xenobiotika sind sie genannt. Und würden so in der Natur niemals vorkommen. Und damit hätten wir auch nie eine Weise zu tun gehabt. Daher müssen wir sie entgiften und das beansprucht natürlich wieder das körperwichtigste Antioxidant, das Glutathion. Und da es entgiftet werden muss. Dazu verdichten sich immer mehr Publikationen, zum Beispiel zu Sucralose, dem häufigst verwendeten synthetischen Süßstoff. Und dass in einigen menschlichen Goldstandardstudien Sucralose erhöhte statistisch signifikante Blutzucker, wie auch das Insulin, bei gleichen Kalorien in der Placebogruppe. Was ich zutiefst erschreckend und alarmierend finde. Das ist kein Einzelschicksal von humanen Goldstandardstudien. Auch hier seht ihr das. Den gleichen Trend. Da hatte ich immer nach einer Alternative gesucht und diese scheint mir ein nicht zu vergleichendes Level besser zu sein. Es gibt noch eine wesentliche weitere humane, randomisierte, placebo-kontrollierte Goldstandardstudie zum Thema Abnehmen, Darmgesundheit und Yakon. Wie wir unschwer erkennen können, senkte die Yakon-Gruppe die Fettmasse, Umfänge am Körper, sowie das Gesamtgewicht, statistisch signifikant im Vergleich zur Placebogruppe, die kein Yakon konsumierte. Das bei nur 25 Gramm am Tag, über sechs Wochen, ohne Interessenskonflikte im Goldstandardformat, ist schon eine tolle Publikation. Wichtig, hier ist in der Woche, hatten ja einige Blähungen, die dann aber bereits nach zwei Wochen abnahmen. Unter Ende gab es keine Unterschiede mehr zu Placebogruppe, da die Darmbakterien sich so positiv entwickelt haben, dass sich die Nahrung in Form von Fructo-Oligosacchariden aus den Yakon sehr gut verdauen konnten. Und schauen wir uns noch eine weitere Goldstandardstudie mit Übergewichtigen an. Diese habe ich mit reingenommen, denn es betrifft nun mal 66% aller deutschen Bürger. Gerade diese Gruppe profitiert noch mal sehr stark davon. Denn so gut wie jeder hat einige Stellen am Körper, die besser sein könnten. Also gut aufgepasst, am Ende gibt es auch noch einen Rabatt zum Sparen. Aber vorher die Studie, in der Doppelblinden-Studie, waren die Gruppen vorher perfekt miteinander vergleichbar. Vergleichbar, keine signifikanten Unterschiede. Wir sehen, dass die Yakon-Gruppe nach vier Monaten 15 Kilo verloren hatten. Die Placebo-Gruppe so gut wie gar nichts. So wie der BMI ist um sechs Punkte gesunken, so wie der Hüftumfang fast um 10 Zentimeter gesunken war. Auch das Insulin ist statistisch signifikant, nur in der Yakon-Gruppe gesunken. So wie das LDL-Cholesterin sank. Statistisch signifikant, nur in der Yakon-Gruppe. Das könnte so zu erklären sein, denn Ballaststoffe regen die Gallenproduktion an, die aus Cholesterin zusammengesetzt ist. Und so verlässt unseren Körper auch gewisse Maße Cholesterin jedes Mal, wenn wir Gallenflüssigkeit bis zu einem Liter am Tag sezienieren. So, das war's. Wer es gerne mal testen möchte, pur ist es nicht am allerleckersten, aber zu einem Müsli und Joghurt oder Nachtisch oder sowas, ist es wirklich eine Wucht. Der kann jetzt gerne mit tun, mit dem Gutschein-Code Patrick, bekommt ihr sogar noch 15% Rabatt, nur für kurze Zeit. Ihr könnt euch da gerne was einverleiben. Ich nehme es jeden Tag, bin super happy damit und es schmeckt sehr gut.